Porträts im großen Format sind immer sehr beeindruckend. Noch beeindruckender ist es, wenn man tiefer und tiefer in diese Porträts eintauchen kann, um immer mehr und mehr Details zu entdecken. Auf einer Fläche, die so groß ist, dass ihr den Kopf bewegen müsst, um alles zu sehen. Am 13. Oktober habt ihr die Möglichkeit, genau das zu erleben. Ich halte einen fantastischen Vortrag über die Nassbartenfotografie in der Deep Space 8K Experience im Ars Electronica Center in Linz. Der Vortrag beinhaltet super hochauflösende Videos und Porträts im Gigapixel-Format auf einer 9x16 Meter großen Laserprojektion. Das wird super genial. Dabei erlebt ihr mit mir den historischen Nassplattenprozess in Form von mikroskopischen Videos, dreidimensionalen Porträts und vieles mehr. Gemeinsam reisen wir durch die Geschichte, authentisches Equipment und die daraus entstehenden extrem ausdrucksstarken und hochauflösenden Porträts. So habt ihr den Prozess wirklich noch nie erlebt. Und als Bonus wird am Ende des Vortrags von mir ein handgemachter Edeldruck verlost. Den Link zur Anmeldung findet ihr in der Videobeschreibung. Die Plätze sind limitiert, also wer zuerst reserviert, bekommt auch einen Platz. Und ich freue mich schon riesig und kann es gar nicht erwarten, mit euch gemeinsam diese Reise anzutreten. Ich hoffe, ich sehe viele von euch in Linz. Ich hoffe, ich sehe viele von euch in Linz.